Ich bin Mirella. Die Erwachsenen denken, ich will Bäume retten. Dabei geht's um viel mehr. Es geht um die Rettung der Welt. Wenn wir nur noch produzieren, was wir wirklich essen, bräuchten wir für weniger Chemie. Meine Mutter arbeitet beim Chemiekonzern. Eine Elfjährige schreit, Winter fällt die Scheiße und ich soll nicken und die Schnauze halten. Mirella ist 13. Mein Vater ist Fernfahrer. Deswegen hat man Familie, damit sich alles ausgleicht. Morgenmuffel, Abendmuffel, Yin und Yang. Und meine Geschwister sind ja anders als ich. Also weil ich mir jetzt hier die Lippen schminke, stirbt in Afrika eine Robbe? Nein. In Afrika gibt's keine Robben. Du schmierst dir Plastik ins Gesicht. Wir sind uns nicht immer einig, aber am Ende halten wir eigentlich immer zusammen. Mirella Schulze rettet die Welt. Jetzt streamen auf TVNOW. Jetzt streamen auf TVNOW. Jetzt streamen auf TVNOW.